Hallo, Alte! Ashbery! Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Hä? Warum will er denn nicht... Will... Ich lasse sie jetzt allein. Okay, er will ja also nichts davon jetzt erzählen. Okay. Gut. Er hat jetzt nach Ashbery gefragt. Heißt das, wir sollten dahin wieder zurückgehen? Ich glaube schon, oder? Ich meine... Nein, kann ich nicht? Ich kann da nicht hin? Ich kann zu Hermans Haus, Kirche von Wormhill. Ähm... Moment. Oder müssen wir vielleicht doch noch hier im Schloss... Ach ja, Morris noch finden. Wo kann der sein? Ich gehe mal eben kurz in die Küche und gucke, ob Bates da ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Samuel der Victoria hier alles erzählt, was er gerade rausgefunden hat. Aber gut, wohl doch nicht. Erzählt er es vielleicht dem Bates? 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 Ja, Sir. Bates. Ich bin gerade von Ashbery zurückgekehrt. Ich habe mit der Oberschwester gesprochen und... Irgendeine Nachricht von Sir Robert? Nun, leider... An Ihrem Tonfall höre ich, dass Sie eine schlechte Nachricht haben. Es ist schlimm, Bates. Sehr schlimm. Robert ist tot. Was? Sir Robert? Das kann nicht sein. Ich ahnte schon, dass etwas Furchtbares passiert ist. Schon seit Sir Robert verschwand. Das wird ein gewaltiger Schock für Madam sein. Vielleicht wäre es besser, wenn sie es nicht erfährt. Jedenfalls noch nicht. Aber wie sollen wir ihr das bloß verheimlichen? Tja, positive Antwort geben. Bates, wir können es ihr jetzt nicht sagen. Versuchen Sie, das zu begreifen. Wir müssen damit etwas warten. Aber Madam wird weiter nach Sir Robert suchen. Bald wird sie ohnehin die Wahrheit erfahren. Und dann wird es für sie noch schlimmer sein. Glauben Sie mir, Bates. Je später sie von Roberts Tod erfährt, desto besser. Oh, Sie haben wahrscheinlich recht, Sir. Sie müssen Madam etwas mehr Zeit lassen. Im Augenblick würde sie die Nachricht niederschmettern. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Sir? Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, mich wundert es trotzdem, dass wir mit ihr aber gar nichts sprechen können. Und wir können dahin nicht zurück. Ich wüsste jetzt nicht, was wir bei der Kirche sollen. Hermans Haus, da ist auch nichts mehr. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Und vor allem frage ich mich, wo der Morris sein könnte. Ich meine, der hat rein gar nichts im Gewächshaus oder so zu suchen. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Einfach mal so, um zu gucken, im Gewächshaus, warum sollte er da sein? Aber wenn er auch nicht im Stall ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier irgendwo rumhängt. Ich meine, er ist ja schließlich nur der Stalljunge, oder? Der Stallbursche, wie man so schön sagt. Nee, ich glaube... Ah, das ist auch abgeschlossen, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Ach, Mann! Damit ich jetzt nicht den ganzen Weg nochmal gehen muss, haben wir vielleicht im Arbeitszimmer noch irgendwas übersehen? Ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Ich gucke mir den Tisch nochmal an. Ich meine, warum hat er die Victoria nicht gefragt, wer der Typ hier auf dem Bild ist? Untere Schublade öffnen. Da ist ja nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr. Tabletten, Reagenzgläser, Dose. Ich meine, er kennt den Typen auf dem Bild nicht, aber... Warum fragt er Bates oder Victoria nicht danach? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Das war der Schubladenschlüssel, ne? Daran ist nichts Besonderes. Warum haben wir den immer noch? Das ist der Ring. Ach, Moment mal eben. Ich habe eine andere Idee. Wenn wir nach Willow Creek gehen und da irgendwie zum Pfandleihaus, vielleicht kann der, wie heißt der Typ nochmal, der Murray, vielleicht kann der uns irgendwie sagen, was da eingraviert ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, wie es aussieht, da kommen wir sowieso nicht rein, sonst wäre da das andere Symbol, also müssen wir es gar nicht versuchen. Tja, was soll ich im Pub? Da kann ich auch nur mit den Leuten quatschen. Mit ihm hier. Guten Tag, Harry. Hier im Pub ist es immer gemütlich. Darf ich Ihnen was anbieten, Mr. Samuel? Nein, danke. Ich wollte nur etwas fragen. Dachte ich mir doch. Nichts gegen Sie, aber Sie sind nicht gerade mein bester Kunde. Der Pub ist menschenleer. Wo sind Sie alle, Harry? Bei dem lausigen Wetter heute sind Sie wahrscheinlich daheim geblieben. Überrascht mich gar nicht. Toll. Das war es also auch hier schon. Übersehe ich gerade irgendwas Offensichtliches? Also ich meine, ich habe wirklich keinen Plan, wo ich hin soll. Wie es aussieht, können wir auch nicht in die Kirche zum hinteren Friedhof. Waren wir hier eigentlich schon mal? Ach so, das hier ist das. Okay. Aber Williams Grab, ich glaube nicht, dass wir hier was machen können. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Ich finde das blöd, dass wir nicht zum Sanatorium kommen. Ich meine, was soll denn das? Also wir können nur diese drei Dinger hier ausfüllen. Ich gehe jetzt nochmal zu seinem Haus hier. Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir jetzt unten doch noch irgendwas. Ansonsten muss ich wohl den Morris suchen. Es lief so gut mit den Rätseln vorhin, ne? Und jetzt hier total aufgeschmissen. Nee, nee, nee. Das hatten wir alles. Schreibtisch, Mikroskop. Ja, wir haben ja auch nichts mehr zum Untersuchen. Das ist der Brief. Nicht zugestellter Brief an William. An William? Wohl eher von William. Das ist der Ring. Er ist bestimmt sehr alt. In den Ring sind alte Runen. Okay, das ist das Testament. Das Tagebuch. Schlüssel. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ach Mann. Jetzt also nochmal. Ich wollte eigentlich raus. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Stall. Ich habe wirklich keine Ahnung. Tja, er ist nicht da. Ich gucke mir jetzt hier alles nochmal genau an. Ja, toll. So viel gibt es hier auch gar nicht zum genau angucken. Alter, wo bist du denn? Schalter. Den können wir anmachen, ja. Und das bringt uns rein gar nichts, ne? Oder passiert jetzt hier irgendwas? Mütze? Morris Mütze. Oh. Ah. Ah, okay. Jetzt. Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Stimmt. Da war ja noch was. Okay. Ja, ja. So ist das. Paar Tage nicht aufgenommen. Und dann hat man keine Ahnung mehr. Aber ich erinnere mich. Klar, er wollte doch die Haare untersuchen. Und hat ja sogar noch gesagt, jemand mit schwarzen Haaren muss das gewesen sein. Ach Gott. Okay. Hätte ich mir das Rumrennen jetzt ein bisschen ersparen können. Aber wir haben es jetzt hinbekommen. Und ich kann mir... Hallo? Ich kann mir denken, dass er jetzt herausfindet, dass die Haare von Morris nicht dazu passen. Davon gehe ich jetzt aus. Es ist richtig eingestellt. Ach so, kannst du vielleicht nicht, weil... Aha, gut. Gut, gut. Jetzt aber. Nein, auch Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Ach, Samuel. Was für eine Frage. Wer kann dann noch der Mörder sein? Jemand mit schwarzen Haaren. Wir können immer noch nicht dahin. Nein, ich will dahin. Ach, Mann. Das ist doch doof. Ich gehe jetzt wieder hoch und rede mit ihr. Oder versuche mit ihr zu reden. Und dann versuche ich nochmal mit Bates zu reden. Dann kommen wir hoffentlich zurück zum Sanatorium und kommen hier ein bisschen voran, weil... So cool ist das ja jetzt hier nicht. Ah, er klopft. Okay, gutes Zeichen. Und jetzt erzählt er ihr wahrscheinlich alles von Robert. Ich habe eine Frage an dich. Ich höre, Samuel. Yo, wer ist der Kerl auf dem Bild? Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. Tja, komm, musste mal sein. Ich habe nur etwas gesucht, was uns helfen könnte, dahinter zu kommen, wo Robert ist. Seine Sachen sind alle da, wo sie vorher waren. Oh, gut. Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Er war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Hm. Also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. So, so. Der Lothar. Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen. So viel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Natürlich. So, dann können wir doch jetzt bestimmt zum Sanatorium. Ja. Sehr schön. Dann wird der Lothar wohl hier auf dem Friedhof begraben sein. Hier ist Samuel Gordon. Machen Sie bitte das Tor auf. Vielen Dank. So, sollen wir direkt mal zum Friedhof gehen? Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit der Eulen hier bequatschen soll. Wobei ich, ja, ich hätte sie eigentlich immer fragen können, welches denn das Grab von ihm ist. Aber egal, vielleicht finden wir das auch schon so raus. Einfach mal drauf los. So, das war diese kleine Kapelle. Grab. Ach Gott, müssen wir jetzt hier alle angucken? Tadeus Long, unser lieber Vater, verstorben im Jahre 1752, hinterließ eine liebende Frau und Kinder. Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass er nur so einen kleinen Grabstein hat. Es wird wahrscheinlich der hier sein. Oder hier hinten einer. Okay, dann gehe ich direkt mal hier hin. Ja, wahrscheinlich hier die ganze Gruft, oder? Nicht? Hier auch nicht. Hier vielleicht. Ja, das sieht so zugewachsen aus. Ein anonymes Grab. Ach so, das ist anonym. Alles klar. Evelyn, unsere liebe Tochter, entschlafen vor ihrem zwölften Geburtstag. Möge ihre Seele die Ruhe finden, die ihr in dieser Welt nicht beschieden war. Also müssen wir jetzt doch alle Grabsteine durchgehen? Na, okay. Louis Bates, 1852. Gut, gut. Das hier geht nicht. Das können wir uns auch nicht angucken. Na toll, dann kann ich jetzt wieder zur Mitte des Friedhofs gehen. Und hier nochmal ein bisschen gucken. Was ist mit denen hier? Können wir die auch? Nein, die kann man nicht angucken. Diese tragen keine Namen, nur unleserliche Grabinschriften. Okay. Was zur Hölle? Wo ist das Grab von ihm? Gabriel Suen, verstorben im Jahre 1805. Hatten wir den hier schon? Damien Gale, unser geliebter Sohn, verließ uns für immer 1814. Okay, dann sollte ich vielleicht doch mal reingehen und mit der Schwester sprechen, weil ich keine Ahnung habe, wo denn das Grab sein soll. Okay. Vielen Dank.